Hallo, ich bin der Tobias von Crunchyroll und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Interview mit OtakuTV. Herzlich willkommen bei OtakuTV. Wir sind wieder in unserem kleinen Studio auf der Konichi und diesmal habe ich den Deutschlandchef von Crunchyroll zu Gast, Tobias Filippi. Hi. Ja, hallo. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal seit deinem Otaku-Interview, dass du wieder im deutschen Raum interviewtechnisch unterwegs bist. Ja, stimmt sogar. Genau. Zuletzt warst du bei meinem Kollegen, der ist diesmal als unser Gastmoderator mit dabei. Das ist der Sascha Sirk von Agme Nippon Air. Hallo, servus. Ja, wir haben hier spontan einfach mal so ein bisschen jetzt Kuh-Moderation gemacht. Also ich stelle ein paar Fragen. Ja, sehr spontan. Das wird schon Eis hinhauen. Aber ich glaube, du hast die erste Frage, oder Sascha? Ja, du bist jetzt gerade mal seit etwas über einem Tag wieder in Deutschland. Wie ist es denn? Also Zeitumgewöhnung und es war ja nicht nur so die Umgewöhnung nach Deutschland. Du warst ja auch erst zwischendurch nochmal kurz in Amerika. Und ja, wie ist es ergangen? Ja, mittlerweile bin ich schon wieder im deutschen Tagesrhythmus. Ganz spontan irgendwie. Also es ist besser gewesen als in Amerika. Da war ich sehr müde. Aber ich bin ziemlich fit. Also mir geht es gut. Ja, dann erzähl uns doch mal, was hast du eigentlich in Japan gemacht? Und warum hast du einen Abstecher nach Amerika gemacht, bevor du hier direkt zu Konnichi gekommen bist? Ja, ich habe in Japan studiert und den letzten Monat genutzt, im Büro, in einem Kranchi-Roll-Büro in Tokio zu arbeiten. Mich da um ein paar Planungen gekümmert und ein paar mehr Leute kennengelernt. Ein bisschen in die Verhandlungen reingehört. Das war alles sehr interessant. Und ja, in Amerika halt ins große Büro. Mal allen Leuten Hallo sagen, die ich noch nicht getroffen habe. Und auch viele Sachen besprechen, wie die Vorbesprechung der Konnichi und noch ein paar andere Sachen, die wir noch so am Laufen haben. Ja, und was hast du genau studiert in Japan? Ich studiere Asienwissenschaften und in Japan war das, was immer du möchtest. Ach so. Was hast du dann dort so gemacht? Nur Animes geschaut, die ganze Zeit im japanischen Fernsehen direkt oder auch dir bestimmte Sachen angeschaut? Ich habe gar keinen Fernseher gehabt. Also ich habe schon bei uns auf der Seite geschaut. Also ich habe ziemlich viel Zeit mit der Arbeit verbracht natürlich. Leider mit der Zeitverschiebung immer relativ spät am Abend, bis vier Uhr morgens gegebenenfalls. Ja, ich habe schon ab und an nochmal die Zeit genutzt, mal irgendwo hinzufahren. Aber ich war schon die meiste Zeit zu Hause und habe gearbeitet, gelernt, in der Uni gewesen. Also es war nicht das erste Mal in Japan. Also da hatte ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, mir tausende Sachen nochmal anschauen zu müssen. Du hast mir mal erzählt, du hast doch so in deinem Rahmen, warst doch öfter mal mit Konnichi unterwegs in Japan. Und du warst zum Beispiel mal in dem Produktionsstudio, was Akatske No Yona produziert hat, richtig? Ja, wir haben die Gelegenheit genutzt, als eine große Gruppe von uns dort war, mal bei Piero vorbeizuschauen und uns anzuschauen, wie dort Anime gemacht wird. Wir waren im Raum, in dem gezeichnet wird und wir waren im Digital-Shitze, der Raum, in dem die Effekte und die Farben hinterher drauf gemacht werden, auf die bereits bestehend sind. Und nachdem die Zeichnungen digitalisiert wurden. Das war sehr interessant, auf jeden Fall. Warst du noch bei anderen Studios, Firmen oder Synchronstudios vielleicht mal japanischen? Nein, leider nicht. Aber vielleicht meine Zukunft, wenn ich das nächste Mal da bin, wenn du ja weißt. Die Kontakte bestehen ja. So, nun bist du noch wieder in Deutschland und ich stelle mir sicherlich vor, es war auch immer sehr schwierig. Du hast ja, soweit ich weiß, also wir haben ja oft Kontakt gehabt, du hast wirklich in drei Zeitzonen gelebt, ne? Ja, also während ich in Japan war, meine eigene Zeitzone. Dann, wenn ich mit Amerika Kontakt haben musste, dann ab 1 Uhr nachts bis zum nächsten Morgen, wenn ich dann aufgestanden bin, konnte ich dann die Leute dort erreichen, halt während sie wach sind und auf der Arbeit waren. Und die deutschen Kollegen halt noch mal sieben Stunden, das ging noch einigermaßen. Also, wenn man am Nachmittag von der Uni heimkam, waren die Leute dann da. Okay, ich hatte immer so das Gefühl bei dir so ein bisschen, du hast einen Drei-Schlaf-Rhythmus-Tag. Nein, ich habe nicht dreimal geschlafen. So, immer wieder für zwei Stunden wach, was geklärt, dann wieder? Nee, das würde ich, glaube ich, auf Dauer nicht überleben. Nee, das kann ich mir vorstellen. Das hatten wir beim Interview, da warst du halt bei uns 3 Uhr nachts, als wir das Interview gemacht haben und bei dir warst du morgens früh um 10. Aber es war ein Sonntag. Gott, trotzdem, ich meine, da denken wir ja auch, am Montag sind wir dann wieder Uni. Das Leben in Japan, war das besonders teuer für dich dann dort oder bist du über die Runden gekommen dort? Ja, ich habe ja weitergearbeitet, also normal mein Gehalt bezogen, ein bisschen auf meinen Lohn. Ich habe ein Stipendium bekommen und die Unterbringung von der Uni war sehr günstig. Also, ich hatte wahrscheinlich geringere Lebenshaltungskosten, als ich sie in Deutschland habe. Und das in Japan, das soll was heißen. Aber kommen wir jetzt zurück zu Crunchyroll selber. Und was könnte man dann besprechen? Also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Thema an. Du hast mir schon gesagt, eigentlich ist das Thema schon durch. Ich habe es jetzt öfter noch in den Kommentaren gehört. Und zwar, aktueller Streitfall ist so ein bisschen, und zwar eure TV-Applications. Die habt ihr spontan, also für den User jedenfalls, spontan einfach alle abgestellt. Da war der Aufschrei ja ziemlich groß. Wie sieht es da aus? Warum, wieso, weshalb? Ja, die Apps für Samsung und Panasonic-Fernseher und noch für einige andere Setup-Geräte wie Google TV, was auch in manchen Fernsehern direkt eingebaut ist. Und für die Oya mussten wir einstellen, weil die Nutzerzahlen den Entwicklungsaufwand und den, wenn man sagen, den Support-Aufwand nicht gerechtfertigt haben. Also, man muss irgendwann mal eine schmerzhafte Entscheidung treffen, wenn die Kosten für die Aufrechterhaltung des Dienstes in dem Fall höher sind als die Anzahl der, also wenn nicht genug Leute dafür den Service benutzen, lohnt es sich halt nicht. Und wir können halt auf Dauer keine Verluste fahren. Das ist, ich denke mal, für jede Firma gleich. Und damit müssen halt dann die Betroffenen leider leben. Aber es tut uns leid, aber es geht nicht anders. Du sagtest mir auch, dass zum Beispiel Samsung auch das Problem hat, ihr konntet nur maximal 480p streamen, ne? Ja, genau. Und die bestehende Version der Application war halt nur bis maximal 480p. Und das ist halt für die Leute, die bei uns den Premium-Service kaufen, natürlich nicht das, was wir denjenigen anbieten möchten. Wir möchten halt schon, dass der Zugriff auf die höheren Auflösungen auch gewährleistet ist. Und das war auf der Application einfach nicht möglich. Und aufgrund der Vielfältigkeit der Samsung-Fernseher und der verschiedenen Modelle in den verschiedenen Ländern ist es leider sehr komplex, diese höheren Auflösungen dort dann noch freizugeben. Das ist natürlich möglich, aber der Entwicklungsaufwand ist relativ hoch. Einfach ein Kosten-Nutzen-Faktor. Ja, leider. Wie sieht es denn allgemein aus? Kannst du was dazu sagen? Was wird mehr benutzt? So die Apps oder mehr so der Browser? Gibt es da eine ungefähr grobe Statistik? Ja, grob kann man sagen, dass die Home-Entertainment-Systeme relativ beliebt sind. In Deutschland aber auch immer noch sehr, sehr viel über den Webbrowser gemacht wird. Mit Home-Entertainment meinst du so Playstation, Xbox? Xbox, Wii U. Jetzt haben sich natürlich sehr viele darüber gefreut, dass wir jetzt die Playstation-App auch in Europa auf den Markt bringen konnten. Das hat sehr lange gedauert. Ja, es ist das, wann war es, 27. August oder so, um den Dreh. Ja, Mobilgerät ist in Deutschland ein bisschen problematischer, weil die deutschen Serviceanbieter für Telefone uns ja relativ wenig Budget zur Verfügung stellen in Sachen Download. Die haben sich halt verkalkuliert, als sie die UMTS-Lizenzen gekauft haben. Dementsprechend ist es in Deutschland einfach sehr teuer, größere Bandbreiten und Download-Grenzen anzubieten. Die meisten Leute krebsen ja immer noch bei 300 in Währung, während in anderen Ländern entweder Unlimited oder 10 Gigabyte oder noch höhere Grenzen dann gang und gäbe sind. Dementsprechend können dort in anderen Ländern die Apps für die Mobilgeräte viel effektiver genutzt werden, auch von unterwegs. Und hier schaut man eine Episode und das Budget ist verbraten. Wenn man zu Hause ist, dann muss man nicht unbedingt auf seinem Handy schauen. Dann kann man auch etwas größeres Gerät benutzen. Dementsprechend ist der Anteil von den Mobilgeräten in Deutschland noch relativ gering. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Wie wird entschieden, welcher Titel nach Deutschland kommt und welcher nicht? Also ihr habt ja in Amerika, habt ihr ja, sag ich mal, die absolute Dominanz. Da habt ihr ja fast jeden Titel, so gefühlt zumindest. Und so ungefähr die Hälfte, kann man schon fast sagen, kommt auch immer nach Deutschland. Zumindest so geht es gefühlt. Ja, wir schaffen es normalerweise immer so 20 bis 25 Titel nach Deutschland zu bringen. Ja, wie kommt es dazu? Die Summe der Nutzer in den USA ist viel größer. Es ist ein bisschen interessanter, der Markt. Und am Ende gibt es dort weniger Konkurrenz um die Titel. Also hier ist einfach mehr umgekämpft mit den ganzen Banken. Hier sind mehr Anbieter auf dem Markt, auch in Europa generell. Also in den großen Märkten in Europa, in Frankreich und in Deutschland. Die ebenfalls um die Lizenzen mitbieten. Und es kommt halt darauf an, wer kann das höchste Angebot machen, wer kauft den größten Deal. Da wir von uns aus keine Discs rausbringen, haben wir einen gewissen Nachteil gegenüber den Firmen, die gleich einen größeren Deal abmachen und sagen, wir bringen die Blu-Ray raus, wir bringen die DVD raus. Weil dann einfach noch ein bisschen mehr zu holen ist bei der Margin. Aber da der Markt ja schrumpft, wird es sich auf Dauer auch in Deutschland wahrscheinlich dahin bewegen, dass immer mehr aufs digitale Streaming hinausläuft. Jetzt sieht es ja so aus, wo du gerade das Stichwort Discrop-Kauf gegeben hast. Da gibt es jetzt aber auch eine Premiere, könnte man ja eigentlich schon fast sagen. Und zwar die erste Kooperation mit einem Publisher, und zwar Anime House bei Hokakonu Pleiades. Also zumindest mal für den deutschen Raum ist es das erste Mal, dass wir Untertitel auf einem DVD-Release anbieten können. Oder Plural-Release sogar. Wir haben die Skripte an Anime House weitergegeben. Und ihr könnt dann unsere Untertitel für Hokakonu Pleiades auch auf der Disco-Runde oder hier auf der Konnichi euch anschauen im Dubbing-Workshop von Rieke Werner, wie das so abläuft, weil dort auch Hokakonu Pleiades als Beispiel mit unseren Untertiteln und beziehungsweise mit Skripten basierend auf unseren Untertiteln als Arbeitsmaterial verwendet wird. Und ein schönes Poster abholen von Hokakonu Pleiades mit Quantro-Branding und Anime-Haus-Branding. Sieht sehr schön aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe es gesehen, sieht echt gut aus. Haben uns Mühe gegeben. Wie sieht es bei den Untertiteln aus? Habt ihr die nochmal nachbearbeitet oder habt ihr wirklich so 1 zu 1 Fassung übernommen? Die waren schon ziemlich gut, da haben unsere besten Leute dran gearbeitet. Das ist irgendwie so eine Standard-Firma-Ausfrage. Nein, das ist tatsächlich so. Es haben drei Leute dran gearbeitet, die sehr gut Japanisch können. Also du? Unter anderem, ja. Aber nicht als Übersetzer. Ich habe die Rechtschreibprüfung gemacht sozusagen und die Zeilenlänge angepasst und solche Sachen. Also Setzzeitcheck. Weitere Titel, die ihr derzeit habt, ist ja irgendwie auch Gate zum Beispiel, ist auch sehr beliebt derzeit, oder? Ja, Gate ist sehr beliebt. Haben wir auch als Poster unten im Angelo. Naja, ich meine auch der Anime. Ja, der Anime läuft sehr gut, ja. Generell, wo mein Kollege das angeschnitten hat, wie sieht es eigentlich generell aus mit euren Charts so aktuell? Was ist besonders beliebt? So sagen wir mal eure Top 3 oder Top 5, wenn du im Kopf hast. Wenn man jetzt die langlaufenden Serien rausnimmt von den aktuellen Sachen. Ja, Naruto und sowas lassen wir mal weg. Ja, Food Wars ist sehr beliebt. Gate ist sehr beliebt, wie schon gesagt. Und Rocker auch. Ihr habt ja hier auf dem großen Stand auf der Condity. Wir haben einen sehr guten Platz bekommen. Das hat uns gefreut. Ja, vor allem, es kommt ihr ja dran vorbei. Und jeder sieht das nicht nur hier auf der Condity, sondern ihr habt einen Stream eingerichtet extra. Ja, das machen wir jedes Mal, wenn wir offiziell auf einer Convention sind, dass wir, insofern das Internet es zulässt, einen der Fernseher dazu benutzen, den Besuchern die Möglichkeit zu geben, mit unseren Nutzern im Internet zu interagieren. Das heißt, die Leute stehen vor der Kamera und das Ganze wird zusammen mit einem Live-Chat sozusagen übertragen und die Nutzer in Amerika oder sonst wo irgendwo auf der Welt können dann dort Chat-Nachrichten eingeben, die dann quer über den Bildschirm laufen und dementsprechend mit den Leuten interagieren, die dann vor der Kamera stehen. Das ist immer sehr lustig. Wir hatten gerade jemanden, eine Gruppe, die dort drei Stunden sich mit den Leuten in den USA belustigt hat. Was auch interessant ist, weil ich meine, wenn hier morgens 10 Uhr die... Ja, es ist sehr spät. Bei denen ist es so 4 Uhr nachts oder 3 Uhr. Ja, gut, aber es waren auch einige deutsche Nutzer da. Es hat uns auch gefreut, dass wir da deutsche Nutzer gesehen haben, ja. Ja, Convention-Ständer braucht ihr dieses Jahr immer mehr aus, beziehungsweise ihr habt ja dieses Jahr erst angefangen. Den ersten Stand hatten wir in diesem Jahr sogar gemeinsam, das war auf der Dokomi. Dann hattet ihr zuletzt auf der Animagic, glaube ich. Wir hatten keinen Stand, wir haben ein Screening gemacht. Genau so wie auf der... Also auf der Animagic hatten wir dann noch Leute vor Ort, die dann auch noch ein paar Rutscheine verteilt haben und Poster verteilt haben. Dann haben wir den netten Jungs von der AniNight in Österreich auch noch eine Disks zur Verfügung gestellt. Mit ein paar ungewöhnlichen Titeln, auf deren Wunsch natürlich. Aber laut des Veranstalters ist das sehr gut gelaufen. Sie haben sich sehr darüber gefreut, dass sie die Sachen bekommen haben. Und da machen wir auf jeden Fall... Also wer von uns Screening-Material haben möchte, einfach bei uns melden, also Kundenkontakt aufnehmen, unten auf der Seite, dann Bescheid sagen und dann schauen wir mal, ob wir was schicken können. Weil das ist ja vorhanden. Ihr wart ja noch nicht in Österreich als Stand, seid ihr dann vielleicht im Jahr 2016 auch dann auf KONZ in Österreich? Ist das irgendwie geplant oder...? Wir versuchen mal auf die AniNight zu kommen. Also müssen ein Budget machen und dann schauen wir mal, was Amerika sagt und dann ein paar Leute rüberfahren und ich denke mal, das sollte klappen. Ja, Amerika ist auch wieder ein gutes Stichwort. Ich kriege hier immer nur gute Stichworte, das ist praktisch. Und zwar euer Chef, nein gut, quasi Chef, also Abteilungs-Eine-Stufe-E-Höher, oder Ryan heißt er? Ja. Der ist auch da, ne? Wie findet der es denn hier? Ja, er ist leider krank aus dem Flugzeug gekommen, ihm geht es gerade nicht so gut und dementsprechend hält er sich gerade sehr zurück. Okay. Kommt der aus einem speziellen Grund hier? So mal gucken nach dem Motto Potenzial, da können wir noch mehr machen oder einfach nur mal so Besuch? Er möchte halt auch mal ein paar Leute von meinem Team kennenlernen, mal gucken, wie so deutsche Conventions sind und im Anschluss fliegen wir auch noch gemeinsam nach Italien und unsere italienischen Kollegen, die vor einer Woche offiziell ihre Seite gelauncht haben, noch zu besuchen und die mit mir T-Shirts zu versorgen und allmögliche Sachen zu erklären. Man könnte ja meinen, es ist ja mal schön, dass der Deutschlandchef mal wieder in Deutschland ist und dann fliegt er gleich wieder nach Italien. Ja, ich habe schon gesagt, ich brauche 13 Tage, um nach Hause zu kommen von Japan. Das hätte ich mal eine lange Anreise. Ja. Zum Produktionsablauf bei euch. Wie ist eine typische Ablauf bei euch, wenn ihr das Material bekommt? Ja, dann wird übersetzt. Also je nachdem, wer an der Sache sitzt, die meisten unserer Übersetzer können auch timen, also machen sie es gleich mit. Das ist dann aber Full Production, ne? Ja, bei Full Production, ja. Also Full Production bedeutet, dass wir den kompletten Ablauf selber beim deutschen Team alleine machen, also direkt vom japanischen ins deutsche und dementsprechend haben wir alle Arbeitsschritte. Wir müssen selber stylen, wir müssen selber timen und die üblichen Übersetzungen und Edit und Quality Check bleiben gleich, wie sonst auch immer. Es gibt noch die andere Variante, dass wir ein englisches Skript bekommen, was schon vorgestallt und vorgetimt ist. Das war ja vor allem anfangs immer der Fall, richtig? Das war nicht immer der Fall. Es gab bestimmte Ausnahmen, wenn zum Beispiel in den USA eine bestimmte Serie nicht gelaufen ist im Simulcast. dass wir darum dann gebeten wurden, mach das komplett selber. Wir haben die Ressourcen und die fähigen Leute dafür natürlich von Anfang an gehabt. Es wird ein bisschen besser bezahlt in dem Fall, weil es natürlich eine etwas aufwendigere Arbeit ist. Dann gab es halt diese Titel, die halt nicht in Amerika stattgefunden haben, die dann in Europa gelaufen. So halt von jedem einzelnen Team in Europa selber gemacht wurden. Wir fahren die Zahl der Titel, die wir direkt machen können, dann ein bisschen hoch, weil es einfach schneller fertig ist. Ja, da habe ich schon gehört. Ihr seid im Vergleich zu euren anderen Kollegen in anderen Ländern so sehr, sehr, sehr zügig, wurde mir gesagt. Ja, es kommt auf die Woche an. Also es ist auf die Verfügbarkeit der Leute und wie, also nicht jeder von uns übersetzt nur Anime. Es gibt auch manche Leute, die einen ganz normalen Beruf haben und von acht bis halb fünf arbeiten oder ein bisschen anders noch. Dann kann es halt auch mal sein, dass man manchmal etwas ein bisschen später ist, weil wir versuchen, das abzustellen, die Teams so einzuteilen, dass wir möglichst alles, zumindest mal für unsere internen Ziele, rechtzeitig da haben. Also für den User sollte es normalerweise immer rechtzeitig da sein. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt noch mal zu den anderen Bereichen auf eurer Seite. Ihr habt ja nicht nur Anime. Und zwar, ihr habt Dram und Manga. Generell würde ich sagen, fangen wir mit den Dram an. Wie kommen die eigentlich an? Weil es sind ja für andere, es sind quasi japanische TV-Serien, könnte man sagen, oder? Ja, Drama hat so eine bestimmte Art von Klientel. Also es ist nicht für alle Menschen, alle Leute, die auf die Seite kommen, um Anime zu schauen, sind die Dramen nicht immer hundertprozentig interessant. Außer es ist zum Beispiel Death Note oder andere Serien, die auf einer Manga- oder Anime-Vorlage basieren. Die sind normalerweise sehr beliebt. Andere Titel sind etwas schwerer reinzukommen. Es sind meistens sehr gute Sachen dabei. Also einfach mal reinschauen. Also das lohnt sich. Ja, aktuell beliebt Death Note bei euch? Ja, sehr beliebt. Aber ist jetzt auch vorbei. Letzte Episode lief diese Woche. Weil das Drama, soweit ich weiß, sich doch abhebt vom Original. Also ein bisschen Kritik kam schon, obwohl es beliebt ist. Ja, man kann halt manchmal die Story ein bisschen ändern, um es vielleicht nochmal interessant zu machen. Man kann sich dasselbe ja nicht unbedingt zum dritten Mal anschauen. Es gab ja schon mal eine Dramaserie. Das ist halt im Grunde genommen immer ein Retelling nochmal mit ein bisschen anderem Ende. Ja. Und nächster Bereich, Manga. Wie sieht es da aktuell bei euch aus? Da habt ihr ja aktuell eigentlich nur Englisch, ne? Manga-Bereich haben wir aktuell nur auf Englisch, ja. Genau, dann habt ihr in letzter Zeit habt ihr eure Art der Premium-Mitgliedschaft geändert. Ihr habt ja jetzt kein Normal-Premium mehr und was war das vorher noch? All Access? Ja. Das habt ihr jetzt geändert. Vielleicht nochmal zwei Worte dazu? Ja, wir haben die Manga und Drama jetzt für alle Premium-Kunden zugänglich gemacht und die vorherige Stufe All Access umbenannt sozusagen. Also wir haben den Funktionsumfang der niedrigen Stufe um einiges erweitert und die höhere Stufe ist im Moment vielleicht für Deutschland weniger interessant, weil die Zusatzfunktionen sich hauptsächlich auf den amerikanischen Markt derzeit noch fokussieren. Also Gewinnspiel-Boni und so. Gewinnspiel-Boni, wenn man auf die Convention kommt, gibt es was umsonst. Oder vergünstigte Preise in den Store, weil wir haben einen Verkaufsstand auf den Conventions in den USA jeweils. Es wird dann günstiger. Schnelleren Zugriff auf bei Signing-Sessions der von uns eingeladenen Gäste zum Beispiel und solche Sachen. Wenn es in Deutschland etwa wieder größer werden sollte in Zukunft, wird das wahrscheinlich auch in Deutschland irgendwann freigestattet werden. Dann wird die höhere Stufe auch für andere Leute interessant. Also für Nicht-Amerikaner. Das müssen wir mal ein bisschen abwarten. Ja, denn noch eine Sache. Paypal bei euch war ja ein ganz langes Thema. Man konnte bei euch nur mit Kreditkarte bezahlen. Inzwischen habt ihr, also man konnte Paypal schon bezahlen, aber dann per diesen Geschenkkarten, aber das musste man auch erstmal wissen. Inzwischen habt ihr das freigeschaltet. Das freut uns natürlich. Jetzt ist natürlich das, das habe ich auch gerade wieder in den Kommentaren bei euch gesehen, dass natürlich jetzt einige sagen, oh Mensch, wann kommt jetzt mal eine Bankeinzug? Bankeinzug, Mensch, ihr seid eine große Firma. Wie sieht es denn da aus? Ja, Bankeinzug steht irgendwo auf der Roadmap, aber das Problem ist für ein einzelnes Land, eine einzelne Zahlungsmethode einzubinden, ist immer sehr komplex, weil Zahlungsdaten sehr, sehr wichtiges Thema und auch sehr sicherheitsrelevantes Thema sind und jede Änderung am Zahlungssystem erfordert immer sehr, sehr viel Aufwand. Ja, man könnte sagen, für jede neue Methode mindestens mal ein halbes, wenn nicht ein Jahr an Entwicklungsaufwand. Und Österreich müsste da noch länger warten oder wird das dann quasi gleich entwickelt werden? Weil Österreich hat ja auch schon wieder ein anderes Bankeinzugssystem wie Deutschland. Ich denke, es ist aktuell so geplant, dass wir ein System anbieten, das dann in den meisten europäischen Ländern funktioniert. Also SEPA dann? In der Art wahrscheinlich, ja. Ja, ihr könnt natürlich, können sich gerne alle, die interessiert sind, mal unser Service zu testen über den Link crunchyroll.com slash conagy2015 für ein 30-Tag ist Probe-Abo anmelden. Stimmt, das solltet ihr jetzt letztens. Die Aktion wird noch, denke ich mal, einige Wochen weiterlaufen nach der Convention. Ihr könnt jederzeit kündigen, also ihr könnt jederzeit kündigen, wenn euch der Service nicht gefällt. Anderenfalls nur 4,99 Euro im Monat oder wenn ihr euch für ein Jahresabo entscheidet, nur 3,33 Euro im Monat. Das ist unschlagbar günstig, meiner Meinung nach. Und ihr bekommt das größte Angebot im deutschen Raum und ich denke mal auch auf Dauer, weil wir haben jedes Season die meisten Titel in Deutschland. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir mit diesen Worten das Interview. Schön, die wir haben. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich danke dir, dass du mir Gesellschaft geleistet hast in der Moderation. Und dann bis zum nächsten Mal. Und noch viel Erfolg auf der Convention. Danke. Tschüss. Tschüss.